einen wunderschönen guten tag liebe freunde ich bin wieder zurück aus meiner urlaubs krankheitszeit und wir starten direkt mit dem video rein ich habe nämlich ein paket von moser bekommen und das was da drin ist darauf freue ich mich schon eine ganze weile und ich denke der ein oder die andere von euch da draußen wissen auch schon um was es sich handelt ich würde sagen wir packen das ganze erst mal aus gucken uns in ruhe an und probieren es dann natürlich aus let's go da haben wir das gute stück hier von moser relativ große verpackung ich muss erst mal gucken wie wir hier überhaupt rein kommen aber hier irgendwie natürlich mit einer hand auch wieder excellence wir sehen hier schon wiper lights and cruise control 28 programmierbare signale ja gut verpackt ist es wie immer das kennen wir von moser jetzt bereits ja auch schon so währenddessen ich hier arbeite stelle ich euch mal auf das stativ dann schauen wir mal jawohl da ist er da ist das gute stück moser racing multi function stock das teil auf das ich wirklich lange gewartet habe um vernünftig im ls natürlich auch im ets arbeiten zu können mit blinkern mit fahrt richtungswechsel mit tempomat mit allem was man sich so vorstellen kann gucken wir uns natürlich genauestens an bevor wir uns den multi function stock der hier ja schon bereitsteht genauer anschauen schauen wir uns auch noch ein produkt von meinem partner holy energy an denn die haben passend zur jetzt doch anstehenden weihnachtszeit einen probieradventskalender rausgebracht in diesem adventskalender findet ihr 24 verschiedene sorten energy eistee und hydration das sind nämlich die drei segmente die holy energy bedient und noch dazu eine limitierte glasflasch also im prinzip ein wunderbares gesamtpaket um das ganze meiner ziemlich coolen art und weise auszuprobieren und wenn ihr das machen wollt dann nutzt doch gleich noch den code agrable dazu dann spart er nämlich zehn prozent bei eurer bestellung aktuell ist das ganze auch noch preislich reduziert so dass ihr mit dem code agrable 5 solltet ihr eine erste bestellung tätigen auch fünf euro auf eure erstbestellung bekommt in diesem sinne wünsche ich schon mal guten appetit und wir schauen uns jetzt den multi function stock weiter genauer so das paket in summe das ist weiter richtig schwer und es ist wieder richtig schick und gut ich finde das schon bei den vorhergehenden produkten von moser war das schon der fall jetzt schauen wir mal wo wir hier genauer reinkommen und zwar mal hier einen kleinen klebe damit können wir das ganze öffnen ja das ist ist genauso wie bei den lenkrädern das ist richtig richtig gut verpackt guck mal wie wir das hier raus bekommen wir haben wieder einzelne sachen verpackt ordentlich wir haben werkzeug dabei da sehe ich hier schon und auch irgendwas zum kleben wir haben hier sicherlich ein adapter stück aber das schauen wir uns dann gleich in aller ruhe an ich würde sagen ich packe das erstmal in aller ruhe aus so ich habe jetzt hier mal alles ausgepackt alle zusatzteile natürlich auch den stock selber dieser fühlt sich wirklich gut an ich meine klar es ist alles plastik aber das hier das kennt sicherlich der ein oder die andere mercedes fahrer mercedes fahrerin weil das sind definitiv die hebel von mercedes und das fühlt sich auch alles gut an und auch im auto hast du eben nur plastik aber den legen wir erstmal beiseite den gucken uns später an was wir hier haben ist im prinzip so was wie ein adapter beziehungsweise kein adapter sondern eine verlängerung sollte dieser stock hier einfach zu nah an eurem lenkrad sein das schauen wir uns dann aber auch nochmal konkret an hat man hier entsprechend eine verlängerung um mehr abstand eben zu diesem gerät zu schaffen darüber hinaus haben wir ein usb c auf usb a kabel denn das ganze wird direkt mit dem computer verkabelt kann natürlich ein problem sein gerade im landwirtschaftssimulator wenn wir zu viele eingabegeräte haben schauen wir uns dann aber mein beispiel hat natürlich auch noch mal konkret an wir haben hier verschiedene schrauben prinzipiell ist das ganze natürlich kompatibel für alle moza basis natürlich aber auch sicherlich für andere direct drive basis von logitech oder von fanatec und dafür gibt es hier eine ganze herrscher an kleinen bis großen schräubchen ist hier alles mögliche dabei um entsprechend das ganze aufsetzen zu können ich kann euch jetzt aber allerdings gerade nicht sagen für welche basis abseits von moza das ganze noch kompatibel ist es gibt ja auch noch so eine metallplatte die brauche ich in meinem beispiel nicht wird ebenfalls sicherlich irgendwo für irgendeine andere base sein und das ist das gute an moza die schauen hat auch dass sie ihre zusätzlichen anbaugeräte kompatibel für andere hersteller machen entsprechend hat man dann hier auch allerhand werkzeuge mit dabei die man dann so benötigt für alle möglichen schraubengrößen oder eben entsprechende muttern oder whatever alles dabei so dass du im prinzip nichts brauchst und das ist immer richtig schön das gesamtpaket bei moza ist einfach tippitoppi was hat leider irgendwie immer so ein bisschen fehlt in die bedienungsanleitung denn die befinden sich aber meist auf den verpackungen und wir sehen hier schon es gibt zwei installationsvarianten und die erste installationsvariante ist hier für die base focus bitte r3 r5 r9 und r12 ich habe eine r9 base deshalb ist das ganze hier für uns gedacht und ich denke mal hier hat man noch ja ebenfalls für r9 r12 r16 r21 jetzt etwas größere bases aber es gibt hier sicherlich auch noch diverse andere wie gesagt es kann gut sein dass das ganze auch eine kompatibilität zu anderen wheelbases hat gut ich habe ja schon mal meine r9 wheelbase fertig gemacht so sieht das ganze bei mir aus ich nutze ja dazu dass trucks im wheel das ganze sieht dann entsprechend so hier aus und der ganze lenkstock soll jetzt hier natürlich dahinter kommen dazu werden wir in meinem beispiel hier diese vier bohrungen die wir hier haben verwenden und ich glaube wir werden auch den abstands beziehungsweise diesen distanz ring benutzen aber ich mache das erst mal ohne um zu zeigen wo das problematisch ist einbau stelle ich mit erst mal relativ simpel vor meiner variante brauche ich hier zwei von diesen schräubchen und entsprechend hier das werkzeug den ersten schritt den wir machen ist von dem multifunction stock der sitzt dann also im prinzip so drauf haben wir hier eine plastik abdeckung die nehmen wir ab beziehungsweise ist kein das ist kein plastik das ist metall und das ist magnetisch zack zack dann hält das ganze da dran das ist ziemlich cool und dann sehen wir hier entsprechend unsere bohrungslöcher und das müssen wir dann so ausrichten dass das ganze eben hier in der linie mit den löchern auf der base ist und dann nehmen wir entsprechend hier unsere schräubelis dann halten wir das ganze fest damit das auch nicht verrutscht wie gesagt schraubereien ordentlich festhalten und und verschrauben so da ist die erste schon drin das ganze sieht auch hier schön zentriert aus also das passt nehmen wir uns die zweite schraube die sollte ja jetzt auf anhieb dann gleich passen und drehen die ganze geschichte jetzt hier auch noch rein das war's schon und dann sitzt das hier also ich ihr seht vielleicht ich weiß nicht ob ihr seht ob das ist der tisch wackelt aber da sitzt hier jetzt sehr fest dran egal was man hier irgendwie an hebeln bedient und danach kommt jetzt hier entsprechend wieder dieser ring drauf dass die bohrungen beziehungsweise die löcher hier abgedeckt sind und dann seid ihr im prinzip auch schon fertig passt natürlich ein bisschen auf dass ihr das material nicht zerkratzt so wie ich jetzt in meinem beispiel dann bleibt ja eigentlich nur noch folie abziehen wunderbar jetzt kommen wir halt in den bereich den ich vorher schon angesprochen habe die distanz hier von dem aufsatz zum lenkrad ist jetzt sehr sehr klein im vergleich zum abstand der hebel das meinte ich vorhin man kann das ganze jetzt hier aufsetzen ich werde das auch mal tun dazu muss ich aber mal eben schnell die kamera umstellen und zwar nehme ich jetzt einfach mein lenkrad gucke natürlich dass die zentrierung das ist immer so ein dreieck was das hier angibt oben ist setzt das lenkrad auf und das passt auch ne es ist dran ich habe jetzt den rechner nicht an ich könnte damit fahren ich schlage jetzt ja auch nicht an den blinkern an oder an dem hebel hier hinten aber die distanz also mit meinen fingern klemm ich hier dazwischen ich nehme mal kurz die kamera runter und zeige euch das noch ich glaube hier sieht man das ganz gut ne die distanz ist einfach zu klein wenn ich jetzt hier meinen finger habe klemm ich den im prinzip ein und dafür ist eben dieses distanz stück da dass wir hier dazwischen setzen dann kommt das ganze zwar natürlich ein ganzes stück weiter hoch wie hoch schauen wir uns gleich mal an ich könnte diesen abstand jetzt hier mal messen und messe ihn danach noch mal dann wisst ihr ganz genau wie weit das lenkrad noch hoch kommt also ich würde sagen man muss ja nicht den knopf hier nehmen sondern eben das gestänge und das sind glaube ich ziemlich genau ziemlich genau halber zentimeter würde ich sagen gut setzen wir die adapterplatte auf dazu nehmen wir das lenkrad einmal runter an den zentrierungsring oder an diesen justierungsring kommen wir noch den wir ziehen müssen um das lenkrad abzunehmen das ist also auch kein problem wenn ihr ja keine erweiterung habt und dann ist es eigentlich ziemlich einfach wir haben hier das stück das drauf muss und haben hier das stück wo wir das lenkrad verbinden und wir schauen einfach wie das jetzt hier ausgerichtet ist und setzen das im prinzip genau so drauf das heißt auch hier der aufkleber beziehungsweise bedruckung von mosas oben also geht das hier oben drauf zack aufpassen dass er euren finger nicht ein klemmt und dann ist der ring drauf und auf den ringen können wir jetzt ganz normal wie gehabt unser lenkrad entsprechend wieder aufsetzen fertig dann ist das drauf so jetzt ja auch noch mal erheblich distanz dazu genommen also ich würde sagen das sind beinahe fünf zentimeter jetzt im vergleich zu einem halben zentimeter also viereinhalb zentimeter on top bedeutet natürlich dass das ganze hier auch bedeutend weiter raus kommt sehen also hier mal die distanz von lenkrad zur base das ist schon ein ganzes stückchen hat aber zur folge dass ich halt natürlich hier an der seite mit dem finger nicht mehr mich ein klemme ich klemme mich hier einfach nicht mehr ein ich kann das alles auch schön bedienen kommen ran ist aber halt schon eine ordentliche distanz je nachdem was ihr für handgrößen habt ich habe relativ kleine hände müssen wir gucken wie das dann in der funktionalität beim test aussieht installation war also relativ easy wir werden das ganze jetzt natürlich noch verkabeln mit diesem mitgelieferten usb kabel das ganze an den rechner anschließen und dann schauen wir mal ob wir schon in der software von moser was sehen können dabei vielleicht auch nicht uninteressant die kabellänge hier von dem usb c auf usb a kabel das ist hier boah das ist das sind ich glaube das müssten zwei meter sein es steht bestimmt auch irgendwo noch auf der verpackung aber es ist auf jeden fall lang genug die verkabelung natürlich auch simpel und einfach entschuldigt bitte das ganze kabel kast und unten aber naja es ist wie es ist ja mir an der seite den anschluss usb c kabel rein also den usb c anschluss ein berein gesteckt den stecker und das andere ende kommt bei mir an den usb hub unterm tisch und das war's schon alles weitere schauen wir und dann gleich mal eine software und dazu werde ich hier noch mal die perspektive ändern aber vor wir wirklich zum theoretischen teil kommen schauen wir uns diesen ganzen multifunctions docker mal in ruhe an wir haben hier also drei hebel fangt mit dem hier ganz links an klassischer blinker hebe einmal nach unten bleibt auch in der stellung drin einmal nach oben bleibt in der stellung drin wir können einmal die lichthupe zu uns machen und wir können einmal das fernlicht tippen das ist hier an dieser stelle keine arretierung sondern nur so ein taster wir haben hier dazu auch noch ein drehrad wo wir die verschiedenen lichtmodi machen können stand licht voll licht wäre das zum beispiel im euro truck simulator im landwirtschaft simulator könnten wir jetzt hier das normale licht plus eben das abblend licht aufblend licht machen das bleibt euch gern selbst überlassen wir das machen wollen wir haben auch hier noch ein taster für die nebelschlussleuchte das kann man nur hier so ja wie so eine wippe nennt das arretiert auch nicht ist aber schon mal cool der hebel hier unten wäre klassisch auch im euro truck simulator der tempomaten hebe und by the way wenn mich nicht alles täuscht ist wenn ihr das ganze anschließt im euro truck simulator auch direkt erkannt und die belegungen sind dann direkt auch schon korrekt angelegt wir haben hier den tempomaten hebe das heißt wir können den einmal nach oben machen wir können einmal nach unten machen um die geschwindigkeit einzustellen können das einmal zu uns ziehen um den zu aktivieren zumindest ist es in der realität immer so und wir können ihn hier über so einen taster an und aus stellen das sind die sachen die wir damit machen können für den landwirtschaft simulator würde ich es wahrscheinlich so machen dass ich den blinker hebel dass ich das alles behalte und hier unten den fahrtrichtungswechsel mache also vorwärts rückwärts und neutral dann vielleicht keine ahnung mit dem hebelchen hier da ist eurer fantasie natürlich sind eure fantasie natürlich keine grenzen gesetzt hier drüben haben wir natürlich auch noch ein hebel und das ist ganz klassisch einmal die scheibenwischer einstellungen werden hier unten den spülgang für hinten vielleicht hier den spülgang für vorne und können dann natürlich an und ausschalten tasten physisch hier die man hier hat sind anders als im in der realität nicht zu drücken ich weiß nicht ob das trotzdem dann in der software erkannt wird wir werden sehen ich glaube allerdings nicht wir können dann hier noch über so einen rad was auch selbst arretiert in der stellung bleibt die intensität der scheibenwischer einstellen im euro drag simulator sicherlich sinnvoll zu nutzen ansonsten ist das ganze natürlich ein retarder hebel das bedeutet ich nehme mir ganz hoch stufe 1 stufe 2 stufe 3 und stufe 4 wäre dann wahrscheinlich noch die motorbremse dazu also das dann auch nur ein Taster ansonsten kannst du den hebel hier hoch und runter machen das ziemlich geil du kannst ihn zu dir ziehen nach hinten drücken geht nicht wie wir die funktion im ls nutzen können das könnten geschwindigkeitsrampen sein also ganz oben ist 1 2 3 4 und nach unten tippen ist der wechsel der der geschwindigkeitsbereiche das könnte man so darstellen schauen wir uns aber im spiel noch mal an ja und hier das drehrad das hatte ich entsprechend schon gezeigt und das sind dann eigentlich auch alle physischen optionen beziehungsweise funktionen man sieht ja auch noch mal schön verarbeitet ist das alles tipptopp ganz ehrlich da gibt's finde ich persönlich nix es fühlt sich gut an es fühlt sich nicht anders an als in jedem x-beliebigen auto also so wie das sein soll ich hoffe es funktioniert auch genauso da habe ich jetzt keinen zweifel jetzt geht's ab in die software so freunde herzlich willkommen im software bereich das ist der erste start ich habe alles angeschlossen usb-kabel ist verbunden und ich habe die moser pithose software aufgemacht und beim ersten aufmachen erkennt er auch schon okay it's recommended to update the latest firmware version bevor weil das gerät natürlich neuer ist als die software die ich hier drauf habe und entsprechend das gerät so wie ich es jetzt angeschlossen habe nicht erkennt also unser erster schritt okay finish er bietet uns das hier auch schon an download and install das machen wir auch gleich noch mit dazu und als nächstes sehe ich hier schon da drunter die neue software version version okay die installieren wir ist eine schriftart die dazu kommt keine ahnung wo die wo die zum einsatz kommt aber wir haben sie installiert alles ist gut und jetzt updaten wir einfach mal noch die pit house software damit das ganze auch entsprechend richtig erkannt wird so bei der einrichtung sage ich jetzt einfach komponenten aktualisieren denn ich habe ah dazu schließe ich mal eben noch schnell mein lenkrad an so dann ist das ganze für mich jetzt hier ein bisschen unkomfortabler aber ich habe das lenkrad dran ich habe die base dran und ich habe den ich habe den blinkstock hebel dran so nenne ich es jetzt einfach mal den multifunction stall und sag jetzt einfach komponenten aktualisieren ist ja okay wenn die alle dran sind dann können auch alle aktualisiert werden und wir sehen hier peter aus und wir sehen das zweite das weiß ich gar nicht was das ist können wir das hier ein bisschen größer machen möglicherweise ist das halt entsprechend für den blinker für den multifunction stall wir installieren das jetzt hier einfach und aktualisieren das das dauert natürlich ein momentchen danach gehen wir auf neustart komponenten aktualisieren äh keine aktualisierung verfügbar okay ähm ja ich würde sagen dann sind wir fertig ich starte die software wieder okay da sehen wir schon das neue lenkrad von moser interessiert uns persönlich aber nicht denn was uns interessiert das taucht hier auf der multifunction stalk und den möchten wir natürlich aktivieren dann klicken wir da einmal drauf dann warten wir kurz und das war's und das ist eben das schöne an moser wir sehen unsere wheelbase wir sehen unsere pedale wir sehen unser lenkrad und dann haben wir ja hier auf der linken seite noch verschiedene andere optionen und durch die müssen wir uns glaube ich einfach mal so ein bisschen durchklickern also wir sehen zum beispiel auch dass der multifunctions dog activated ist app mode already the latest firmware version ich sehe aber gerade nicht wo ich den individualisieren kann firmware manager können wir auch nochmal gucken der stalk äh guck mal wir könnten den hier wir könnten das ganze select firmware release version wir können das ganze mal noch updaten restarting to boot upgrade is successful restarting getting parameter configuration also das ganze konfiguriert sich jetzt auch wunderbar wir könnten das ganze natürlich jetzt auch noch für die base machen ich glaube das mache ich auch mal das ganze machen wir jetzt natürlich auch noch für das lenkrad und für die pedale dann haben wir alles auf dem aktuellsten stand also das heißt wir haben die peterhaus software aktualisiert geupdatet und jetzt können wir natürlich in dieser software noch unsere einzelnen komponenten auf den neuesten software stand bringen was sich halt anbietet wenn wir schon neues gerät drin haben das war jetzt mal eben noch schnell und dann sehen wir uns auch schon wieder wichtig zu wissen ist im übrigen dass man nachdem man die base geupdatet hat das stand da auch noch mal das ganze natürlich neu kalibrieren muss und einstellen muss es gibt hier natürlich vorgefertigte geschichten die man nehmen kann ich fahre mit track eigentlich immer ganz gut der ls 22 habe ich mir sogar abgespeichert sehr schön dann lade ich das ganz einfach wieder das passt ja und sage hier load preset wenn ich es abgespeichert hätte aber es ist hier auch drin das passt also alles wieder und wir sehen hier schon ich fahre 1080 grad 1080 grad fahre ich im ls 1080 grad da wisst ihr das auch schon mal an dieser stelle de facto ist es jetzt so dass dieser multifunctions dog nirgendwo hier in der software auftaucht vielleicht kommt das ganze noch vielleicht wird es noch hinzugefügt aber aktuell habe ich das nicht letzten ende sind es auch nur tasten und belegungen und dafür werden wir jetzt in den landwirtschaftssimulator reingehen um das ganze auch mal zu probieren und dann schalte ich auch die kamera dazu und versucht das ganze mal so ein bisschen einzufangen für euch dass ihr auch seht was ich da so mache so back again im spiel ähm kamera werde ich gleich noch machen ich muss erst mal in die option hier reingehen und in die entsprechende tastatur belegung auf gamepad einstellung und dann geht das ganze nämlich auch schon los ich nehme hier ein bisschen abstand ähm das zu belegen und das werden wir so machen ich habe ich hoffe ihr man sieht das auf der kamera jetzt einigermaßen gut mit vorwärts rückwärts und so weiter und so fort ich gehe jetzt also einfach mal hier so ein bisschen durch ähm meine belegungen und hier gibt es zum beispiel den punkt tempomat aktivieren und dazu hätte ich gern das ganze hier nach vorn gezogen und zack seht ihr auch schon funktion 36 moza multifunctions dog ist drin das heißt immer wenn ich jetzt hier den hebel nach vorn ziehe ähm wird der tempomat aktiviert dann möchte ich natürlich auch gleich meine ähm richtungs äh mein richtungswechsel das ist jetzt ein bisschen das ist jetzt ein bisschen blöd aber fahrtrichtung vorwärts wir nehmen wieder den kleinen hebel fahrtrichtung vorwärts nach oben fahrtrichtung rückwärts nach unten funktion 35 funktion 34 ist im prinzip belegt dann haben wir einmal die blinker steuerung die können wir jetzt eigentlich die die wir jetzt haben können wir eigentlich die können wir lösen die löse ich hier mal raus denn wir haben jetzt blinker links arretiert sieht man auch funktion 10 blinker rechts den hebel nach oben wunderbar das passt blinker passt warnblinker haben wir nach wie vor auf unseren tasten das ist okay arbeitslicht fernlicht licht vorn ähm da müssen wir jetzt mal eben noch rein licht umschalten das ist hier ein bisschen da muss ich gerade mal ein bisschen nachdenken ich glaube licht vorn würde ich jetzt einfach mal diesen dreh hebel hier am blinker hebel 1 nach vorn setzen das ist die 2 und die 3 könnte man auf fernlicht machen das belege ich jetzt naja fernlicht machen wir noch eins nach oben das ist funktion 3 und ein kurzes fernlicht sprich ja lichthupe ziehen wir den blinker hebel einmal nach vorn so das ist 5 und 6 ok und dann müsste das so funktionieren wenn wir den hebel hier so vorn machen testen wir natürlich gleich wir haben jetzt hier noch ein hebel ähm hier könnte man einfach licht umschalten durchgehen sag ich mal äh pff licht umschalten umgekehrt licht umschalten ich mach das jetzt einfach mal setz das hier noch drauf funktion 7 also bis jetzt wird auch alles korrekt erkannt beschleunigungsrampen bei den beschleunigungsrampen habe ich ja erst gesagt ich nehme hier den hebel weil ich kann den nach oben machen ne so retarder mäßig aber wenn der ganz oben ist kann ich den nicht mehr bewegen wenn der ganz unten ist kann ich den allerdings noch zu mir ziehen und diese option das zu mir ziehen und das nach unten tippen hätte ich ganz gerne für sequentielle schaltung also müssen wir hier auf dieses kleine drehrad was man hier an der seite hat ich hoffe man erkennt das eben noch ich hatte es ja ähm schon im video gezeigt werde ich die beschleunigungsrampen da drauf legen dafür müssen wir eins nach oben gehen gehen dann auf die beschleunigungsrampe eins und gehen nach unten wieder dann haben wir die eins die zwei eins nach oben die drei ein weiteres nach oben und die vier und ich hätte jetzt sogar ganz oben noch ein weiteres das heißt wir haben nicht nur vier schaltpositionen sondern wir haben fünf schaltpositionen ähm die fünfte belege ich jetzt aber mal nicht nicht dass ich dann aus versehen in eine andere funktion reinkomme was ich denn jetzt noch machen möchte jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen ich glaube ähm hier ist unser shifter das ist klar und das hier war am controller vom ähm von der ls seiten konsole gang hoch schalten gang runter schalten das wollen wir jetzt noch machen das überschreibe ich jetzt und zwar haben wir gesagt gang hoch schalten ziehe ich einmal zu mir also haben wir noch nicht gesagt will ich aber so machen und gang runter schalten ist einmal nach unten und dann können wir schön wenn wir sequenziell schalten hier hoch schalten und hier wieder runter schalten und müssen entsprechend nicht mit der hand umgreifen ich glaube das ist eine ganz coole nummer und ich glaube mit dieser einstellung fahr ich jetzt gerade erstmal ganz gut ich habe zwar eins zwei funktionen dann entsprechend nicht belegt komm ich vielleicht ändere ich auch diese ganze belegung nochmal aber ich glaube das ist ganz cool jetzt will ich erstmal wissen wie das ganze funktioniert und dazu gehen wir mal ins spiel rein angekommen probieren wir das ganze jetzt nochmal im übrigen der blinkerhebel ich muss das mikrofon ein bisschen weg machen der blinkerhebel hier an der seite den könnt ihr nicht nur runter ziehen zum arretieren den könnt ihr auch tippen ich tippe den jetzt einmal links blinker links ist aktiv tippt nochmal geht er aus tippt nach oben blinker rechts aktiv tippt nach oben das problem ist nämlich macht ihr den ganz ganz hoch bleibt er auch arretiert und macht den dann wieder runter geht dann unter umständen schon der gelbe der links blinker an beziehungsweise er geht zurück und es geht aus wenn er den die neutralstellung packt blinkt er trotzdem noch deshalb ist das tippen hier vielleicht eine bessere variante licht ich habe jetzt stufe eins nach vorn gedreht entsprechend das normale abblendlicht und muss dann wieder zurück gehen und einmal nach vorn gehen weil wir haben im ls natürlich nicht die option licht an licht aus sondern wir können licht durch schalten einmal den nach hinten getippt den blinker hebel haben wir unser fernlicht und das ganze könnten wir jetzt auch noch nach vorn machen für die kurze lichthupe ist aber im prinzip die gleiche funktion weil wir hier nicht so eine umfangreiche lichtsteuerung haben wie wir das zum beispiel im euro truck simulater aber das funktioniert schon mal ganz gut was wir jetzt natürlich noch testen wollen ihr seht das ganze unten rechts natürlich auch mal hat vorwärts rückwärts ich gehe einmal auf vorwärts fahr los und tippe jetzt hier auf rückwärts dann geht das ganze rückwärts also diesen tempomaten hebe unten wieder vorwärts wunderbar wieder rückwärts wunderbar das funktioniert im tempomat sind gerade 22 kmh ich mache mal nach vorn und ziehe näher 53 gerade aus und ziehe mal den hebel zu mir da ist der ach das habe ich noch nicht belegt den tempomaten habe ich noch nicht belegt das machen wir eben schnell den hebel zu uns ran zack und dann geht auch der tempomat rein wunderbar also was ich hier gerade feststelle ist dass es leider gottes so ist dass diese taster tasten also die werden vom spiel erkannt also taster bedeutet hier zum beispiel das hier nach oben drehen das ist einfach nur so ja nicht einrastet sondern tastet abgesehen vom blinker funktioniert das hier oder nimmt das der ls nicht so wirklich an das ist ein bisschen merkwürdig wenn ich jetzt zum beispiel sage ich möchte wo haben wir noch mal die den den tempomat den permanenten tempomaten ich habe hier meinen tempomaten hebel und möchte das ganz oben haben dann habe ich jetzt die 33er funktion drin das wäre der permanente tempomat aber er geht nicht rein hingegen so den tempomat aktivieren ist kein problem vorwärts rückwärts auch über so einen tipp ne ihr seht das ja kein problem tempomat kein problem aber diese drehbewegung also diese z-achsen bewegung sage ich jetzt vielleicht mal die funktioniert hier irgendwie im ls aktuell nicht und das ist natürlich ein bisschen schade da fehlen nämlich ein paar funktionen nichtsdestotrotz viel bekommen wir hier schon mal auf dieser linken seite des hebels drauf die rechte seite die haben wir uns noch gar nicht angeguckt das wollen wir mal eben schnell machen ich bin dazu jetzt mal im fahrzeug und ich mache mal den hebel ganz nach oben die beschleunigungsrampen über cvt rechts unten seht ihr das ich gehe ganz nach unten ich habe die 1 ich gehe immer ein stück weiter höher und die beschleunigungsrampe wechselt das ist natürlich entgeil um die beschleunigungsrampe einzustellen das fetzt was jetzt natürlich nicht funktioniert ist das mit den beschleunigungs und bremsrampen schnell wechsel also nicht das einzelne auswählen sondern das über die drehtaste was ich machen wollte funktioniert hier rechts bei dem hebel eben entsprechend auch nicht jetzt könnte man noch die bremsrampen einstellungen machen indem man den hebel hoch macht oder runter macht aber so eine richtige option ist das entsprechend nicht was aber funktionieren sollte das ist hier das schalten und dazu haben wir den last schalt getriebenen case da drüben und da springen wir mal eben schnell rein so der ist jetzt noch kalt aber das ist im prinzip ja kein problem wir probieren das mal also wir müssen ihn manuell natürlich auswählen und dann können wir auch schalten hier seht ihr schon das runter tippen das funktioniert wunderbar und das ran ziehen funktioniert auch das gang hoch schalten das ist natürlich geil hast du also das ist jetzt hier das last schalt getriebe das einfache hoch schalten wir könnten das nach oben nach oben lässt sich das glaube ich nicht gut darstellen müssen wir gucken ich weiß es noch nicht genau solche finale belegung aber das hoch schalten hier zack 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 das funktioniert super und dann auch nach unten zack 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 das funktioniert natürlich tadellos habe ich jetzt hier mein schifter schalte mein schifter und den entsprechenden gang und will dann hier nur noch die last schaltstufen dazu schalten ist das natürlich perfekt die rampen das funktioniert auch wunderbar drehschalter da müssen wir jetzt mal gucken könnte man oben beschleunigungsrampen oder fahrbereich rampe oben auf diese auf auf diesen ein weil das rasset ein die einrast stufe ist kein problem probieren wir direkt mal aus müssen wir hier die anbremse anziehen dann sagt er uns natürlich ab und dann gehen wir noch mal in das cvt addon runter natürlich bei der gamepad einstellung und dann sagen wir beschleunigungsrampe ach das ist nur erhöhen beschleunigungsrampe wechsel beschleunigungsrampe wechsel beschleunigungsrampe wechsel will ich glaube ich auf off haben das ist die funktion 11 in bremsrampen wechsel den möchte ich auf der funktion auf der funktion off haben anwählen auf off drehen ist die 11 ach so komm mal 11 und ganz oben also das on ist dann wahrscheinlich die 13 da sehen wir wenn wir den fahrbereich wechsel machen ist die 12 11 und 12 das müsste jetzt funktionieren dazu gehen wir noch mal schnell in den fendt hier rüber und wenn ich jetzt auf off gehe ja dann geht ja die bremsrampen durch das blöde ist halt nur dass ich oben auf on den schnellen fahrbereich wechsel habe oder ja den fahrbereich wechsel und hier eben die rampen das gefällt mir nicht so gut wie mache ich das jetzt mit der bremsrampe das ist natürlich nicht so toll das obwohl obwohl nach jetzt funktioniert das nach unten weil der auf off steht und ich den nach unten tippe funktioniert das mit der rampe seht ihr das ich ziehe den einfach immer nur nach unten und er wechselt unten die die bremsrampe durch dann müsste das ja auf on stehen und dann hier oben wechsel jawohl das funktioniert das problem ist nur wenn ich jetzt in der rampe bin und gehe auf off das passt auch dann wechsel ich hier nur oben schnell durch dreht das immer ihr seht das unten und hier unten das gleiche und dann in der neutralstellung bremsrampe will ich jetzt nicht passt ist auf off gehe ich nach oben bin ich in meiner beschleunigung in meinem fahrbereich und wechsel den durch passt hier meine rampen passt wunderbar was wir jetzt hier natürlich nicht belegt haben sind dann entsprechend diese verschiedenen stellungen weil wir auch nicht die verschiedenen bremsrampen haben könnte man da natürlich drauf legen brauchen wir als aber nicht wirklich die funktion weiß ich nicht vielleicht lege ich da irgendwann mal noch was drauf wenn wir das nach oben tippen oder so das passt aber was mir noch keine ruhe lässt ist diese einstellung mit dem fernlicht das fernlicht hier den hebel einmal nach hinten habe ich jetzt das funktioniert ja aber ranziehen funktioniert nicht und die tasterfunktion funktioniert eben auch nicht und das ist mir keine ruhe vielleicht funktioniert das ja noch vielleicht kriegt das in sekunde also freunde das ist ja zu wild ich habe jetzt diesen beim tempomaten hebel den kleinen taster tms pedal modus da funktioniert die funktion anders als im permanenten tempomaten da funktioniert die nicht aber hier quasi in der modifikation zivität on funktioniert der kleine taster ich glaube dass das spiel bzw die mods mit kombinationstasten vielleicht ein problem haben könnten weil ich glaube das ist taste x plus y wenn man das so nach oben tippt aber ihr seht ja im hat da ändert sich was der tms pedal modus aber das funktioniert das ist spannend also das liegt dann an der modifikation glaube unter dem strich kann man auf jeden fall sagen dass die funktion gegeben sind und nicht das gerät selber limitiert sondern vielleicht das spiel oder die jeweilige modifikation wo eine tastenbelegung hinterlegt werden muss wo manche taster oder drehrädchen an dem lenkrad vielleicht nicht so funktionieren wie man sich das vorstellt im euro truck simulator wird die nummer aber eine andere sein denn dort wie gesagt wird das entsprechend auch erkannt hier im ls ist das immer so eine geschichte aber die funktionalität die mir das ganze hier mitbringt die ist schon nicht von der hand zu weisen das macht auf jeden fall richtig viel spaß und es ist ja natürlich auch ordentlich verarbeitet das muss man an der stelle natürlich auch noch sagen bleibt dann also zuletzt noch die frage was kostet das ganze denn und ja dort wird ein bisschen intensiver mosa verkauft diesen multifunctions dort nämlich für sage und schreibe 215 euro und ja 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 ich weiß das ist ein sehr sehr stolzer preis ist aber auch ein gerät das ich so in der verarbeitung her unter funktionsweise her also vom gesamtpaket her bislang noch nicht gesehen habe vom im vergleich zu sachen die man auf ebay beispielsweise kaufen kann wo man immer nicht so richtig weiß wie wird das ganze funktionieren hier bin ich mir ziemlich sicher dass alles ordentlich ist und ja der preis das muss eben wirklich dann jeder von euch selbst wissen wenn er das ganze jetzt bestellen würdet ihr könnt das ganze vorbestellen link packe ich euch mal in die video beschreibung ist kein affiliate link ich verdiene daran nichts sechs bis acht wochen in etwa dann soll das ganze verfügbar sein also mein persönlicher fazit ich finde es super ich finde es super die funktionalität ist geil man hat eben wenn man so ein bisschen in das realistische reingeht in das in die richtige simulation mit lenkrad und allem hat man jetzt einfach auch noch die funktion den gangwechsel entsprechend beziehungsweise die vorwärts rückwärts richtung zu machen ich kann blinken ich kann mein licht einstellen ich habe alles an der hand so wie das im realen traktor auch ist negativpunkt und der einzige negativpunkt hier sind eben die 215 euro die hier zu buche schlagen wie gesagt das entscheidet euer geldbeutel ansonsten lasst mir doch gern mal ein kommentar da was ihr von diesem teil hier haltet habt ihr fragen wünsche anregungen schreibt es einfach mal rein lasst uns einfach ein bisschen feedback sammeln sicherlich auch für die jungs und mädels von mosai ganz interessant ich bin an dieser stelle raus ich bedanke mich fürs einschalten ich hoffe ich konnte euch einen guten einblick in diesen multifunctions talk von mosai geben bleibt gesund und munter bis zu den nächsten videos danke fürs einschalten ciao ciao